Willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich zeige euch heute, wie man die Tassimo TAS4502 entkalkt, also quasi dieses Gerät. Ihr benötigt für die Entkalkung zunächst einmal Entkalkungstabletten von Tassimo, dann einen Behälter mit mindestens 500ml Wasser circa. Des Weiteren benötigt ihr diese orangene Disc, die findet ihr hinter dem Wassertank. Ja, beginnen wir mit der Entkalkung. Der erste Schritt ist, den Wassertank zu entnehmen. Jetzt ist hier in dem Tank ein Einsatz für den Wasserfilter, den entferne ich einmal. Jetzt fülle ich in diesen Wassertank mindestens 500ml Wasser rein. Ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen, 550ml. Für die Entkalkung der Tassimo benötige ich jetzt zwei Entkalkungstabletten, das heißt eine ganze Packung. Hier sind vier Stück drin, das reicht also für zwei Entkalkungsvorgänge. Ich gebe dann diese Tabletten hier rein. Jetzt warten wir, bis die Tabletten sich aufgelöst haben. Übrigens unter dem Video findet ihr einen Link zu diesen Entkalkungstabletten, sowie auch zu dieser Service Disc, falls ihr die nicht mehr habt. Okay, nach circa zehn Minuten haben sich die Entkalkungstabletten vollständig aufgelöst. Ich entferne jetzt das Abtropfblech und die Tropfschale, die kann man einfach abziehen. Stelle einen geeigneten Behälter mit mindestens 500ml hier runter. Setze den Wassertank mit der Entkalkungslösung in das Gerät ein. Jetzt öffne ich den Padhalter und lege den orangenen Pad mit dem Barcode nach unten vorne gerichtet, sodass der Pfeil in diese Richtung zeigt. Gehe rein, schließe den Padhalter. Ich drücke jetzt für mindestens fünf Sekunden diese Taste. Jetzt leuchtet das rote Entkalkungssymbol und der Vorgang dauert jetzt ungefähr 30 Minuten. Das heißt, man kann jetzt einfach eine andere Arbeit erledigen und wartet, bis das Symbol erloschen ist und beginnt dann mit dem nächsten Schritt. Okay, der Entkalkungsvorgang ist soweit abgeschlossen. Ich entleere jetzt diesen Behälter hier, entnehme den Wassertank, entsorge diese Lösung und spüle das einmal mit frischem Wasser aus und befülle den Tank neu. Ich stelle jetzt den entleerten Behälter wieder hier runter, setze den Wassertank mit frischem Wasser wieder ein. Dann drücke ich jetzt diese Taste für die ganz normale Kaffeezubereitung und das Ganze wiederhole ich dann viermal. So wird das Gerät durchgespült und die Entkalkungslösung herausgebracht. Geht nicht. Okay, nachdem der erste Spülvorgang durchgelaufen ist, muss man die Halterung hier einmal wieder öffnen, damit das Gerät denkt, okay, jetzt kommt eine neue Kapsel rein, ein neuer Pad. Runterdrücken und wieder schließen. Und jetzt kann ich den zweiten, dritten und vierten Spülvorgang genauso ausführen wie jetzt. Okay, nachdem ihr ungefähr vier Spülvorgänge durchgeführt habt, könnt ihr den Behälter hier einfach entleeren, die orangene Service Disc entnehmen und den Wassertank entfernen. Die wird dann wieder hinter dem Wassertank platziert, sodass man sie nicht verliert. Genau dort sitzt die Service Disc. Gut, im nächsten Step setzt ihr dann den Wasserfilterhalter-Einsatz. Am besten nochmal neu ausspülen. Wasserfilter wieder einsetzen, hin in das Gerät. Dann den Tassenhalter hier einschieben. Wieder schließen. Gerät ausschalten. Und erledigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne meinen Kanal. Hier unten im Video könnt ihr das per Mausklick machen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.